Willkommen zum letzten Video von Fallout 4. Heute habe ich mir vorgenommen, dass wir Diamond City auseinander nehmen. Das ist nämlich eine ganz schön harte Kiste. Einfach aus dem Grund, weil die Sicherheitsleute hier verdammt heftig sind und zahlreich. Aber wir kriegen das schon hin, keine Angst. Wir werden uns jetzt erstmal umgucken, ob wir irgendwo einen Punkt finden, von wo aus wir perfekt arbeiten können. Ich habe ja auch eine Sniper. Damit wäre der Anfang vielleicht ganz okay. Dann will ich natürlich ausrüsten. Meine Bombe habe ich schon ausrüstet, merke ich gerade. Das ist doch gut. Bitteschön. Erstmal heilen. Meine Güte, wir die schon wieder reinhauen. Aber wir haben Zeit. Wir lassen uns Zeit, wir nehmen die auseinander. Ich will es einmal schaffen, diese Stadt zu beseitigen. Dann haben wir zwei Sicherheitsleute auf einem Fleck. Bitteschön. Ich glaube, ich brauche neue Waffen. Neue, ah, die Baseballgranaten habe ich noch. Oh, ganz vorsichtig jetzt. Sollen wir nämlich nicht gewertet, dass ihr mich schon wieder hier plätten wollt. Ich brauche die andere Waffe. Schönen Prübel verschwenden. Oh, ho, 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 ho. Okay, noch ein Sicherheitslappen weniger. Und noch ein Sicherheitslappen weniger. Oh, da oben sind die Nerven, die Nerven. Was willst du denn, Alter? Was willst du denn? Das war ein Typ, euer Ernst? Das war ein Typ, das war ein Typ, das war ein Typ. Okay, ich brauche Stimpis. Haben wir nicht noch irgendwas zum Werfen? Molly habe ich noch. Meine Fresse, jetzt lasst mich doch bitte einfach mal in Ruhe. Ich komme ja hier gar nicht dazu, was zu machen. Ich kann gar kein böser Bub sein, wenn ihr mich nicht lasst. Wie viele Leute wohnen denn hier? Das ist ja eine Riesensiedlung. Ich werde dich töten, du Arschloch. Ist klar. Muss ich erst wieder nachladen. Äh, was haben wir denn so an, so ein Zeug? Damit machen wir mehr Schaden, das klingt schon mal gut. Als ob das schon 10 Sekunden waren. Geh weg. Wow, 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 wow. Äh, wo haben wir es denn jetzt? Hier. Was haben wir denn sonst noch? Erstmal richtig schön Psyko vom feinsten Spritzen. Meine Güte. Brauche ich schon wieder Dingensis. Mann, die Gegenwehr hier, die ist ganz schön heftig. Ich sehe auch immer noch so viele rote Punkte. Verdammt, das war beängstigend. Der ist auch weg. Viele sind denn hier noch? Diese scheiß Sicherheitsleute, die sind richtig ätzend. Ich muss hier jetzt mal ein bisschen weg erstmal. Ich habe sie verloren. Ich glaube, die geben die Suche gerade auf. Das ist gut. Aber in der Stadt leben echt so viele Leute, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Wie viele wir hier schon ausradiert haben und wie viele hier trotzdem noch rumrennen. Ich sehe nichts mehr. Schätze, es ist vorbei. Wo ist der denn? Ich weiß gar nicht, wo der Typ hingerannt ist. Der soll mal hier bleiben. Scheiße. Du bist noch hier? Jetzt nach dieser Arschlöcher. Sicherheitsmensch ausgeschaltet. Sehr gut. Du bist eben wegkommen. Hey, verschwunden. Okay, dich kann ich auch nicht killen. Noch so ein unsterbliches. Elendige Hörn. Ah nein, gut. Finde ich schon korrekt, dass man in den Spielen Kinder nicht töten kann. Gut gemacht, Strong. Wo sind denn hier noch? Ich muss noch die Sicherheit rufen. Haue, haue. Haue, haue, mein Freund. Ich muss noch die sterben wollen hören. In den Straßen von Diamonds, wie fließt das Blut? Oh, shit. Bist du nicht der Bürgermeister? Na, sieh mir einer an. Als ob ich den Bürgermeister nicht killen kann. Triff Ebert bei der Mauer. Fehlgeschlagen. Oh. Es wird wohl doch langsam recht übersichtlicher hier in den Gassen, was? Haben wir ein bisschen was zu futtern? So ein bisschen 0815, Essie, Essie. Ja, und bleib weg. Aus nächster Nähe erledigt, Freunde. Als ob die sich da drin verkrümeln will. Boah, wie viele Tote hier überall rumliegen. Was denn? Kommst du etwa aus Kutneiber? Tote nicht draußen, Sack. Wir nehmen. Das war beängstigend. Du mich sehr, Mensch. Das ist dein Tod. So, erstmal schön nachladen hier. Oh, den Sicherheitslappen hat er weggezwiebeln vom Feinsten. Fusionszellen. Uh, Fusionszellen haben wir ja auch noch. All das Blut wegmachen. Ich darf nögerlich. Oh, hier oben ist ja ganz schön was los an roten Punkten noch. Dieser verdammte Bürgermeister, der soll mal tot bleiben. Als ob Dr. Sun auch nicht zu töten ist. Jetzt kommt schon, sei doch nicht so fies. Die kann man echt nicht töten, ist das fies. Unkaputtbare Leute sind blöd. Okay, die konnte ich töten. Niemand muss die Sicherheit rufen. Ich kann nichts sehen. Sicherheit. Jemand muss mir helfen. Das ist ja das reizige Metzeln. Ich kann nichts sehen. Ich kann nichts sehen. Das ist ja das reizige Metzeln hier in Diamond City. Wer wagt es dann auf mich zu feuern? Hauptsache der darf mich töten, ich den aber nicht. Richtig, richtig gemein ist das. Bitte was? Schätze, mein gutes Karma zahlt sich aus. Wer darfst denn ein gutes Karma? Bleib sofort stehen, ich habe dich gesehen. Hinten sind noch mehr rote Punkte. Oder die Waldfee? Ich wusste nicht, dass es von euch noch welche gibt. Moment. Da brauche ich stärkere Geschütze für. Ach, verdammt mich. Jetzt haben sie mich doch wieder erwischt. Ach, naja, Leute. Was soll's. Es hat mir Freude bereitet, noch mal ein bisschen mich zu biefen. Und ja, wie gesagt. Ich hatte es ja in den letzten Videos schon gesagt. Das Spiel ist wirklich nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Ich finde das Spiel ziemlich gut. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich habe einfach wirklich keinen Spaß mehr dran. Und deshalb war das jetzt auch das letzte Video. Ich bedanke mich, dass ihr dieses Projekt verfolgt habt. Ich entschuldige mich bei allen, die sich ein längeres Let's Play dazu erhofft hatten. Ich hoffe, ihr habt Verständnis für meine Situation, dass ich lieber Spiele spielen will, auf die ich richtig Bock habe. Und dann sehen wir uns bei anderen Videos und Projekten wieder. Macht's gut. Euer Lord Peter. Ich bin mir nur da. Ich bin mir nur da. Er, ich bin mir nur da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020